In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie den einphasigen Hybrid-Wechselrichter Pico MP Plus von Costal korrekt installieren. Beachten Sie die Hinweise zur Montage und bestimmungsgemäßen Verwendung des Gerätes. Neben dem Pico MP Plus ist folgendes Zubehör im Lieferumfang enthalten. Eine Kurzbedienungsanleitung, eine Montageplatte, ein oder zwei SunClicks-Steckerpaare zur Verbindung der PV-Strings, ein AC-Stecker und drei Dichtkappen. Das Typenschild auf der linken Seite des Wechselrichters enthält die Seriennummer und Warnhinweise. An der Gehäuseunterseite befindet sich der Anschlussbereich. Zum Anschluss der PV-Generatoren oder eines Batteriespeichers stehen Ihnen bis zu zwei DC-Anschlüsse zur Verfügung. Nutzen Sie hierfür die mitgelieferten berührungssicheren SunClicks-Stecker zur Verbindung. Der AC-Netzanschluss befindet sich rechts neben den DC-Anschlüssen. Oberhalb der DC-Anschlüsse sehen Sie die Kommunikationsschnittstelle des Pico MP Plus. Die Ethernet-Schnittstelle sorgt für die Integration des Wechselrichters ins lokale Netzwerk. Mit einer Netzwerkverbindung kann der Wechselrichter seine Daten über das Netzwerk an das Kostal-Solarportal senden und es wird ein Zugriff auf den integrierten Web-Server sichergestellt. Die Com-Anschlüsse werden für die Kommunikation mit externen Geräten genutzt, wie zum Beispiel dem Kostal Smart Energy Meter. Verbinden Sie diesen mit Com 1, wenn Sie ein Batteriesystem am Pico MP Plus betreiben. Ohne Batterie nutzen Sie bitte Com 2 für den Anschluss. Auf der Vorderseite des Gehäuses befinden sich das integrierte Display und die Bedientasten. Bringen Sie die Montageplatte vertikal auf einer ebenen Montagefläche an. Achten Sie darauf, dass die seitlichen Blechstreifen nach vorne und das Sicherungsblech nach oben weisen. Setzen Sie den Pico MP Plus mittig auf die Montageplatte. Hängen Sie die vier Aufnahmebolzen auf der Rückseite des Wechselrichters in die Aufnahme laschen und drücken Sie das Gerät leicht an. Senken Sie den Wechselrichter ab, bis das Sicherungsblech der Montageplatte hörbar einrastet. Stellen Sie sicher, dass der DC-Schalter auf Position OFF steht und die AC-Zuleitung spannungsfrei ist. Installieren Sie anschließend den AC-Stecker. Das AC-Kabel ist nun angeschlossen. Zur schnellen und einfachen Verbindung der PV-Strings an den Wechselrichter nutzen Sie bitte die beiliegenden SunClicks-Stecker. Der Pico MP Plus kann über den LAN-Anschluss mit dem Internet verbunden werden und so Betriebsdaten und Ereignismeldungen zum Server übertragen. Schließen Sie dazu das Netzwerkkabel am Wechselrichter an und verbinden Sie das Ethernet-Kabel mit Ihrem Computer, Router oder Switch. Wenn Sie Ihren Hausverbrauch überwachen wollen oder eine Batterie an den Pico MP Plus anschließen möchten, ist der Einbau des Smart Energy Meters zwingend erforderlich. Hierzu finden Sie Informationen in den jeweiligen Installationsanleitungen oder in unseren Erklärvideos. Bei Verwendung der Batteriefunktionalität benötigen Sie einen Aktivierungscode. Diesen können Sie im Webshop der COSTAL Solar Electric erwerben. Achten Sie bei einem Batterieanschluss auf die Leistungsklasse Ihres Pico MP Plus. Der Produktname gibt Aufschluss über die Anzahl der MPP-Tracker. Schalten Sie die AC-Versorgung ein und stellen Sie den DC-Trennschalter am Pico MP Plus auf Position 1. Die Erstinbetriebnahme startet selbsttätig, wenn zumindest der AC-Anschluss installiert und eingeschaltet wurde. Sie werden über das Display durch die Menüstruktur geführt. Die Einstellungen in den Menüs werden über die Bedientasten vorgenommen. Die voreingestellte Displaysprache ist Englisch. Im Menü ist der Eintrag Language markiert. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus und bestätigen Sie mit der Set-Taste. Mit der Escape-Taste gelangen Sie nach Bestätigung einer Auswahl immer wieder zurück zur Checkliste. Markieren Sie das Datumsformat in der Checkliste. Stellen Sie das gewünschte Datumsformat ein und speichern Sie die Eingabe. Rufen Sie den Menüpunkt Datum auf. Bestätigen Sie mit der Set-Taste. Das mit der rechten Pfeiltaste gelangen Sie zum Monatsfeld. Geben Sie den gewünschten Monat ein. Bestätigen Sie und verfahren Sie ebenso mit der Jahreseinstellung. Drücken Sie abschließend wieder die Escape-Taste, um zurück zur Checkliste zu gelangen. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zum Menüpunkt Zeitformat. Markieren Sie das gewünschte Format mit der Pfeiltaste und speichern Sie die Eingabe mit der Set-Taste. Verlassen Sie das Menü wieder. Markieren Sie den Menüpunkt Uhrzeit und drücken Sie die Set-Taste. Das Stundeneingabefeld blinkt. Ändern Sie die Stunde mit den Pfeiltasten und speichern Sie Ihre Eingabe. Drücken Sie die rechte Pfeiltaste, um das Eingabefeld Minute zu bearbeiten. Wiederholen Sie die vorherigen Schritte für die Minuteeinstellung und kehren Sie zur Checkliste zurück. Markieren Sie Länderauswahl in der Checkliste. Stellen Sie das Land ein, in dem der Wechselrichter installiert ist und bestätigen Sie die Eingabe. Der Wechselrichter lädt automatisch die vorgegebenen Netzparameter des Landes. Bestätigen Sie die Länderauswahl mit der Set-Taste und halten Sie diese für ca. 3 Sekunden gedrückt, um Ihre Eingabe zu übernehmen. Navigieren Sie zu dem Menü Blindleistung und bestätigen Sie. Wählen Sie Modus und zum Beispiel Cosinus Phi gleich 1 und anschließend den Menüpunkt Modus Ladevorlagen. Markieren Sie die gewünschte Ladevorlage und bestätigen Sie Ihre Eingabe. Jetzt können Sie die Anzahl der Stützstellen eingeben. Gehen Sie zurück zur Checkliste und wählen Sie Abschließen. Wenn alle Einstellungen in Ordnung sind, drücken Sie für ca. 3 Sekunden die Set-Taste, um die Eingabe zu bestätigen. Der Wechselrichter wird neu gestartet und die Grundinbetriebnahme ist abgeschlossen. Schalten Sie nach Abschluss der Erstinbetriebnahme den DC-Schalter ein. Ihr Pico MP Plus ist nun zum Einspeisen bereit und startet den Aufschaltevorgang. Falls Sie den Pico MP Plus in Ihr lokales Netzwerk und das Costal Solarportal einbinden möchten, navigieren Sie im Hauptmenü des Pico MP Plus mit der Pfeiltaste auf Einstellungen, dann auf Netzwerk und anschließend auf Webportal. Aktivieren Sie Einrichten, um den Datenversand zu bestätigen. Über den Menüpunkt Verbindungstest können Sie prüfen, ob die Kommunikation mit dem Solarportal besteht. Wenn die automatische Übertragung nicht erwünscht ist, entfernen Sie das Netzwerkkabel oder die Datenübertragung im Menü Einstellungen, Netzwerk deaktivieren. Die Erfassung des Hausverbrauchs und die Leistungsabregelung können Sie unter dem Menüpunkt Energiemanagement konfigurieren. Bitte beachten Sie die Hinweise aus der aktuellen Anleitung des Wechselrichters.